ja hallo liebe leute zur 13 folge hardwest 2 der sound müsste jetzt hoffentlich wieder passen das ist in der ersten folge auf dem neuen system leider ein bisschen daneben gegangen ich habe zwar im spiel alles eingestellt gehabt ich habe aber tatsächlich im aufnahmeprogramm vergessen die einstellungen noch zu machen und entsprechend war es ziemlich laut das sollte jetzt wieder besser sein genau und wir gehen jetzt heute hier rein wir hatten ja in der letzten folge den banküberfall gemacht hier hinten wenn wir mit ach und grach geschafft haben also ich muss ganz ehrlich sagen seit die gegner jetzt auch trickschüsse können wird es deutlich heftiger die diese duellant fähigkeit wo sie quasi bei jedem mal wenn wir auf sie schießen auch noch zurückschießen macht das ganze auch nicht wirklich einfacher also das war schon ziemlich hart da müssen wir in zukunft gucken also der schwierigkeitsgrad hat jetzt doch etwas angezogen aber wir gucken jetzt erstmal nach diesen vermissten kühen weil die sollten wir ja auch finden das war neben ziel gucken wir mal oh nein die kühe wurden vom wendigo angegriffen und ihre wunden eitern bereits sie verwandeln sich gerade in etwas ganz anderes okay dann müssen sie umbringen wir können nicht riskieren dass sie ihre besitzer aufressen es wäre besser ihrem elend gleich ein ende zu setzen naja soviel zum nebenziel so was haben wir hier noch ein goldsucher lager ein einsamer goldsucher der von reichtum träumt okay als wir uns näherten bemerkte uns der goldsucher endlich er erschrak sprang und riss die arme in die höhe um uns zu signalisieren dass er unbewaffnet war okay er beruhigte sich als er flinn und klellisch lachen hörte er bot uns widerlichen brandy an und fragte ob wir etwas zu essen mit ihm teilen würden wir können ihm eine konservendose geben jetzt können wir ihn trotzdem ausrauben aber nein das ist ja eine nebenquest deswegen teilen wir mal proviant mit ihm er bedankte sich bei uns indem er uns eine gute stelle auf unserer karte einzeichnete ich weiß nicht genau was er damit meinte aber wir verabschieden uns danach okay jetzt hat er uns eine untersuche den schürf ort des goldsuchers können wir selber gold finden hier unten wir gucken mal hätte nichts dagegen ich meine wir haben 340 dollar wir können uns allmählich vielleicht sogar schon mal eine größere waffe kaufen hier eine gute stelle diese gute stelle war nichts als ein flussbett und ein paar steine na toll wir untersuchen mal klellisch lachte und stieg von ihrem pferd sie wartete in die in den kalten bach und schürfte nach goldstaub und nuggets wir anderen blicken uns gegenseitig an und eilten ihr schließlich zur hilfe nach einer weile konnten wir eine ordentliche handvoll nuggets unser eigen nennen okay wir haben goldstücke bekommen ist nutzbar ein stück reines gold das glück und reichtum bringen soll kann über mehrere kämpfe hinweg eingesetzt werden plus 50 glück das ist ziemlich nice ich gucke mal ins inventar ist das ein verbrauchsgegenstand offensichtlich ja oha da müssen wir vom nächsten kampf mal dringend gucken und wir haben ja auch noch karten bekommen das habe ich ja ganz vergessen wir haben ja noch einen pick buben der uns bullseye chance gibt jetzt müssen wir mal gucken da könnten wir flin ein paar verpassen wenn flin mindestens 100 glückspunkte hat das ist jetzt nicht so berauschend wir könnten ihm ein full haus geben dann würden wir einiges freischalten jetzt müssen wir gucken oha der charakter ist resistent gegen den status benommen oder betrunken das ist ziemlich gut er versucht mit flinten das brauchen wir nicht wilder ansturm 2 was ist da gegenüber wilden ansturm 1 grundschaden 4 mit seinen grundschaden um einen punkt für alle zwei durchquerten felder ein grundschaden um einen punkt weil nach dem treffer stößt dir einen kriegsruf aus der bei seinen gegnern den status oha ok und dann sind wir noch resistent gegen blutung dafür verlieren wir aber sechs bewegungspunkte das ist die gute frage lohnt sich das oder lohnt sich das nicht ich finde schon ich finde schon wir machen das mal so da geht zwar die bewegung bisschen runter aber wir schalten hier einiges frei für dir so jetzt haben wir das kreuz ass mit mehr bewegung das würde ich tatsächlich mehr bewegung ist glaube ich für chin eine feine sache da geht aber das full house flöten oder wir verpassen klellisch ein bisschen mehr bewegung die kann es vielleicht auch brauchen als scharf schützen das glaube ich ganz gut machen wir das mal so wunderbar dann geben wir jetzt mal das gold ab was wir beim bankraub bekommen haben das müssen wir hier oben bei der ranch abgeben und dann kriegen wir hoffentlich unsere getteling kannone dafür das war zumindest die abmachung so wo müssen wir denn hin hier rüber ich decke mal noch schnell das schwarze hier unten auf nicht dass sich da was versteckt sieht aber nicht so aus oder nicht dass ich hier noch irgendetwas schickes versteckt leider nicht so dann gehen wir hoch zur ranch und geben das gold ab und dann haben wir den sprengstoff und wir haben die getteling dann brauchen wir nur noch nen zug da bin ich ja auch mal gespannt wie leicht der zu bekommen ist so geben ihm das gold das bin ich mein freund das bin ich sehr sogar und nun da ich meine vorauszahlung erhalten habe können wir uns endlich ums geschäftliche kümmern was meint ihr die abmachung war eine hand wäscht die andere blöd nur dass ich zwei hände habe was komm schon chin was macht eine bank mehr schon aus wir sind doch alte freunde brass hat einen teil seines goldes nach black salt city verlegt und ich brauche alles davon ernsthaft wir haben keine große wahl weil uns die zeit davon läuft und du scheinst das nur allzu gut zu wissen hartmann aber bete besser dass das für dich kein schlechtes ende nimmt ach nun sei doch nicht so priester vertraue doch einfach auf deine bande und bring mir mein gold einverstanden toll super ich dachte wir kriegen jetzt die getteling kriegen wir nicht das heißt wir müssen jetzt in black salt city auch noch ne bank ausrauben und ich fürchte ja ohne dass ich den bankraub jetzt gestartet habe fürchte ich ja nachdem wir victor brass bank in trampleton town ausgeräumt haben ist die hier wahrscheinlich noch zehnmal mehr bewacht ne fürchte ich naja wir spänen die bank mal aus bei der bank stießen wir auf ein gewaltiges chaos die leichen einiger banditen und gesetzeshüter lagen auf den straßen und die bank brannte ok wir näherten uns sheriff horn diese gottverdammten copper waldschers die haben uns überrannt und komplett ausgeraubt und ich habe schon so viele gute männer verloren scheiße ja das ist nicht gut das ist nicht die richtige zeit für scherze miss zum glück habe ich sie verfolgen lassen anscheinend haben sie sich in scorndale verschanzt sobald ich ihr verordnung gesorgt habe werde ich eine truppe zusammenstellen und ihnen nachreiten hoffentlich hauen die nicht so schnell ab wir kehrten dem sheriff und dem chaos in der stadt den rücken zu wir wussten dass wir nur diese eine chance hatten das gold vor den männern des gesetzes in die hände zu bekommen ok ok ich fasse zusammen die bank ist schon ausgeraubt worden das waren die copper waldschers die wollen wir eigentlich sowieso blatt machen weil da haben wir noch einen steckbrief und wir haben jetzt die chance die bankräuber auszurauben bevor der sheriff seine gesetzeshüter hinschickt und das selber macht ja ist ja super ist ja super ich gehe mal noch schnell in den laden guck mal was es noch so gibt brauchen wir noch verbände und bohnen habe ich überhaupt keine bohnen mehr doch hier neun stück dran vorbei geguckt wie sieht es denn waffentechnisch aus ein kugelpraller hält 75 treffer chance nach jedem abpraller und duelland das ist halt eine überragende waffe die macht 6 schaden kann kontern die würde ich kaufen wir uns die 320 wir haben 340 wär das was die ist halt schon richtig mächtig ne wir brauchen eh noch Waffen ich kauf die jetzt so dann guck ich einmal ins Inventar die geben wir natürlich sofort Chin das ist eine überragende Waffe ähm und geben den Wüstenhüter ähm den geben wir glaube ich an Flynn die braucht nämlich auch mal noch eine bessere Waffe Klellisch bräuchte auch noch eine aber gut ähm da können wir ja sowieso mal gucken machen wir mal so und so und so perfekt und dann verkaufen wir die hier dann kriegen wir immerhin ein bisschen Geld zurück so jetzt haben wir unser ganzes Geld ausgegeben aber das passt schon so geheilt sind ja meine Leute alle glaube ich ja ok dann gucken wir mal wo wir hin müssen ok wir müssen hier hoch dann machen wir uns mal auf den Weg so wir müssen noch eine verschollene Herde im Westen finden und wir müssen noch ähm die Cooper Vulture Gang ist gesucht da gehen wir ja jetzt hin und wir suchen auch immer noch nach Lady Shrike mal gucken ob wir die auch noch finden aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch ok was haben wir hier Haus der Witwe gucken wir uns mal an in der Ferne sahen wir ein kleines graues Farmhaus ein paar abgemagerte Pferde und eine Kuh liefen umher und auf der Veranda stand eine ältere Dame haudi werte Dame keine Angst wir wollen ihnen keinen Ärger bereiten wir sind nur auf der Durchreise und wollen uns nach der Richtung erkundigen die Frau hatte keine Angst ganz im Gegenteil sie schien aufgeregt uns zu sehen sie war etwa über 40 Jahre alt eine bedrückende Stimmung schien sie zu umgeben ich habe keine Angst Cowboy im Gegenteil ich bin froh sie zu sehen und einen Priester haben sie auch mit dabei ich habe tagelang zu Gott gebeten mir einen Priester zu schicken und nun sind sie hier was für eine seltsame Fügung benötigst du Unterstützung? wir setzten uns auf die Veranda da das Wetter gut war und die Dame ihr Name war Sylvia brachte uns Kaffee sie wollte ihre Geschichte mit uns teilen wenn wir damit einverstanden sind also gut ich bin seit drei Jahren Witwe mein Wann wurde vor drei Jahren in einem Minenunglück lebendig begraben drei Jahre lang habe ich getrauert endlich habe ich mich bereit gefühlt mein Schicksal zu akzeptieren ich hatte genug Geld gespart um diesen Ort zu verlassen und mein Glück in der Stadt zu versuchen und dann kehrte mein Thomas zurück das klingt ungesund Son of a bitch einen Moment lang dachte ich dass alles nur ein fürchterlicher Irrtum war dass er irgendwie überlebt hat und nach all den Jahren zu mir zurückgekehrt ist aber dann kam er immer näher und näher und oh ich kann es immer noch nicht glauben er war tot sein Gesicht sein Geruch es war grauenhaft aber das Schlimmste daran war ist dass er nicht zu verstehen scheint was passiert ist er ist verwirrt er wollte sich um die Farm kümmern aber die Tiere hatten Angst vor ihm ich hatte Angst vor ihm und jetzt stecke ich hier mit ihm fest bitte ich brauche Hilfe ich weiß nicht was ich machen soll klingt nach einem Zähnbastard wie lautet der Schwur noch gleich Lazarus bis das der Tod uns scheidet oh Flynn ist gleich wieder so ernst wir helfen ihr in Ordnung Silvia wir helfen dir wo hält sich dein untoder Ehemann auf Gott schütze sie ich habe ihn auf dem Dachboden eingesperrt ich wusste nicht was ich sonst tun soll Silvia sperrte den Dachboden für uns auf und ging spazieren um nicht in der Nähe des Hauses sein zu müssen wir standen unter der Leiter und kämpften bereits mit dem faulen Gestank es gab kein Zurück mehr so Bill kann das machen er ist Verbündeter kostet uns ein Whisky bekommen aber 20 Dollar schade dass Lazarus nicht Verbündeter ist dann hätten wir einfach 40 Dollar bekommen Old Man Bill kletterte hinauf um sich dem anderen Toten zu stellen zwei Stunden später sahen wir schockiert zu wie er den untoten Ehegatten die Treppe hinab und nach draußen führte der tote Gatte stand eine Weile auf der Veranda und starrte sehnsüchtig in Richtung Süden wo seine Frau spazierte dann griff er sich einen alten Hut und lief wortlos nach Norden schon bald verschwand er am Horizont es ist vorbei ich habe dafür gesorgt dass er versteht zu was er geworden ist er hat sich entschlossen umherzuziehen und vielleicht woanders einen Zweck zu finden er ist fort sie sind frei seid ihr sicher nein nein ich weiß dass ihr es seid er wird nicht mehr zurückkommen und doch hoffe ich dass er im jenseits doch noch irgendwo sein Glück finden wird danke jedenfalls bitte nehmt das Geld als Dank für eure Hilfe könntet ihr jetzt bitte gehen ich wäre jetzt gerne alleine na gut ok naja immerhin haben wir 20 Dollar abgestaubt so und hier ist Gondale jetzt gehts los wahrscheinlich holen wir uns das Gold na gut ok da ist jetzt auch noch sein Sohn ok wir erledigen jetzt 2 Aufgaben in einem ne Kampf beginnen so und nein wir müssen Old Man Bill mitnehmen ähm verflixt lassen wir dann Flynn da ok da müssen wir auf jeden Fall ähm arbeitstechnisch wieder umstellen also Flynn bekommt jetzt erstmal wieder ein Verband und eine Dosen Dosenfutter weiß ich noch nicht ob ich sie mitnehmen will oder ob ich sie nicht lieber gegen Klellisch tausche hm ich mein Schattentausch ist schon eine feine Sache aber Klellisch macht einen Haufen Schaden und kann eine Ablenkung setzen boah was ist besser was ist besser ne ich tausche ich nehme sie mit mhm hat einen Wüstenhüter ein Adleraugengewehr dann müssen wir hier gucken dann geben wir Flynns Waffe Old Man Bill da macht der nämlich mehr Schaden ähm Klellisch möchte ich auf jeden Fall diesen Goldstaub geben und Bohnen so Chin bekommt ne Dynamitstange das können wir immer gebrauchen und Bohnen Old Man Bill ja vielleicht was hat der für ne Flinte er hat ein Wildbüffelgewehr Schaden 8 er auch und sie hat das Adleraugengewehr ja ok das passt Deer hat alles was er braucht ok das passt wobei machen wir andersrum wir geben die Dynamitstange Old Man Bill so ich denke dann gehen wir so rein dann haben wir glaube ich die Waffen alles sinnvoll vergeben er hat den Kugelpraller das ist gut sie hat ok das passt dann würde ich so rein gehen wir haben einen Haufen Ziele wir müssen die Anführer der Copper Vulture Gang töten Bill muss überleben ok so dann brauchen wir die Schatzkarte ist ein Nebenziel töte das Begrüßungskomitee in der ersten Runde das klingt nicht gut und lass deine Schüsse abprallen ja das haben wir doch sowieso vor oder nicht oh Gott das kann ja richtig übel werden ok wir gehen so rein gucken wir mal was uns erwartet Ben Donahue Ben Donahue komm raus es ist beitend Ben old man was willst du? ist das wie du deinen Vater grüßt dein Vater? dein Vater? unmöglich schau auf mein Gesicht Ben erinnere dich auf die Schmerzen die ich dir auf deinem 4. Geburtstag gemacht habe schau auf meine Schmerzen hier und du fragst was ist diese Schmerzen aber es ist unmöglich heisst du bist bei 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 Copper Vulture Gang sollte es sein oder so schau auf sie schau auf sie schau auf sie schau auf na das hat ja gut funktioniert die Familienzusammenkunft ist nicht so gut gelaufen ach du scheiße sind da viele drin habt ihr gesehen wie viele da drin sind? oh wow ok ok so töte das Begrüßungskommando in der ersten Runde das sind die 6 hier ok dann gucken wir mal den kann Bill töten äh Bill sag ich schon dir kann die 4 hier alle töten die sind wir dann schon mal los dann müssen wir nur denen noch ein bisschen was abziehen ok das schaffe ich in der ersten Runde denke ich das sollte machbar sein ähm na ich warte mal ich warte mal ich warte mal erst noch äh ich fang mal mit Chin an er hat hier 100% das ist ja schon super macht 7 Schaden dann ist er auch in der Range von dir wir können auch die dicke Wummen nehmen dann ist das auf jeden Fall ich denke das passt ich wechsle einmal die Waffe oh 75% warum sind es nur 75% habe ich nicht gerade mehr gesehen achso wenn ich laufe ok wenn ich laufe dann wären es 100 gut ich könnte natürlich auch reinlaufen die Möglichkeit besteht auch ähm jetzt gucken wir erstmal kann man hier irgendwo hier zum Beispiel oh das geht nicht weit genug schade hm ja wir warten mal wir warten mal wir müssen das sinnvoll gestalten so du kannst ihm hier auf jeden Fall erstmal 9 abziehen das ist erstmal das wichtigste dass wir alle wegkriegen dann kann Bill das auch tun ähm Bill könnte auch bis hierher laufen und ihm was macht das Ding schaden 6 das ist nicht gut ne 7 ne 7 ähm Waffenfähigkeit plus 1 ok das heißt wir laufen mit Bill hier hin stehen mitten rein kenne ich nichts kenne ich nix so einmal auf 8 und Kata kann hier einmal 7 abziehen so und damit müsste jetzt Lafing dir eigentlich alle töten können in der ersten Runde auf geht's auf geht's und schon mal ein bisschen Crit Chance stacken und wir müssen gucken nicht dass uns wie beim letzten Banküberfall Lafing Deer weg stirbt den brauchen wir so dringend ohne den ähm wird das ganze nämlich sehr schwer weil wenn man guckt was der Kollege hier veranstaltet ähm ist der einfach zwingend notwendig so alle noch ein Crit hinterher so und dann haben wir doch alle weg haben wir das erste Nebenziel erreicht perfekt so und Lafing Deer haben wir jetzt schon mal ordentlich Crit Chance beschert so jetzt ist die Frage wo sind die restlichen Nebenziele hier gibt es noch eins hier gibt es die Schatzkarte so und jetzt haben wir noch die Aufgabe 10 Schüsse abprallen zu lassen das kriegen wir ja auch noch hin wir bringen Deer jetzt erstmal hier in Deckung Kopf runter so und jetzt müssen wir gucken es geht nur hier durch gibt keine anderen Möglichkeiten hier oben rum noch im Zweifel okay dann lassen wir erstmal den Gegner oh hier oben ist ein Scharfschütze oh da ist einer drin mit dem habe ich auch nicht gerechnet okay so jetzt müssen wir gucken wie wir das jetzt am geschicktesten machen hier hätten wir 50% das ist nicht so viel wir müssen erstmal ein bisschen in Deckung kommen jetzt dass da oben noch einer auftaucht damit habe ich nicht gerechnet wenn wir hier was macht das Schaden 9 dann könnten wir ihn töten oder ja kostet mich 2 Punkte und wie sieht es mit dem Scharfschützen hier oben aus der kostet mich 3 den könnte man dann aber noch anstürmen dann wäre er tot das ist glaube ich eine wichtige Sache das heißt wir müssen ihn hier wegkriegen 15 minus 8 von dir sind 7 was macht sie mit der Pistole an Schaden wir wechseln mal 6 Mist okay dann müssen wir mit dann versuchen wir es jetzt als erstes mal mit Gin das müsste ja eigentlich gehen da haben wir 50% die probieren wir mal als erstes vielleicht reicht uns das ja schon vielleicht haben wir ein bisschen Glück nein haben wir nicht schade aber das zählt auch wenn wir nicht treffen okay so dann müssen wir mit Bill gucken Bill hat immerhin 75% vielleicht ist das hm ich komme mit Bill leider in keine vernünftige Deckung mehr wenn ich hier her gehe sind es auch noch 75% ein bisschen Glück wäre jetzt notwendig für 7 Schaden 75% na danke na danke dann weg mit ihm so dann müsste ich jetzt auch noch den Scharfschützen da drüben wegkriegen oder mit Hilfe eines Ansturmes ah jetzt sehe ich ihn nicht mehr nicht gut muss mal gucken ob ich den mit Klellisch nochmal ins Sichtfeld kriegen kann hier hat sie Deckung hier hat sie Deckung im Zweifel sie kann ihn sogar sehen das geht nicht das geht nicht gibt es hier sonst nichts wo man abprallen lassen kann sieht nicht so aus so vielleicht nein naja aber er ist jetzt wieder im Sichtfeld das heißt jetzt müsste es eigentlich wieder gehen geht nicht jetzt ist er außer Reichweite das ist natürlich ultra ungünstig dann gehe ich nochmal runter vielleicht ist er dann wieder in Reichweite hier stand ich ja vorhin und da ging es ne jetzt ist er außer Reichweite das ist seltsam ne wir haben es doch vorhin gesehen als ich hier unten stande das kostet achso aber vielleicht habe ich ne außer Reichweite verstehe ich nicht vorhin stand ich doch auch hier etwas seltsam etwas seltsam dann zieh den Kopf ein hilft nix und dann werden wir Klellisch die hat volle Deckung dann probieren wir keine 25% dann ziehen wir auch noch den Kopf ein und lassen ihn einmal schießen aber ich müsste eigentlich gut genug in Deckung stehen da dürfte nicht so viel passieren naja macht auch nix so jetzt müsste es aber doch reichen oder jetzt ist er doch außer Reichweite ich verstehe es nicht das ist mir nicht erklärlich wie kommt man eigentlich da hoch ist nicht so geil alles gehen wir mal näher ran ne hilft mir kommen immer noch nicht ran so jetzt gucken wir mal welche Chance wir jetzt haben 50% wir könnten natürlich jetzt auch so einen Goldstaub essen kostet aber ein Aktionspunkt dann können wir ihn nicht mehr töten wir versuchen es mit den 50% vielleicht haben wir ein bisschen Glück komm schon mach ihn weg yes aber er schießt zurück und trifft ouch naja sie hat jetzt 9 von 17 dann iss gleich deine Bohnen wir haben ja jetzt Punkte übrig ist natürlich jetzt ein bisschen schade aber das ist aber schon hart hier wie kommen wir denn müssen wir echt hier durch diesen Gang das ist schon ziemlich übel klar wir können uns hier hoch auf das Hausdach kämpfen das ist für die Schafschützin vielleicht ein guter Platz wir bringen mal alle Leute ran wir müssen da durch irgendwie das könnte das könnte ein bisschen knifflig werden tatsächlich so die Gegner ich sehe noch niemanden ich könnte Clelish jetzt hier hoch bringen da hat sie volle Deckung das ist vielleicht ein ganz guter Platz nein nicht Jin falscher Charakter Flucht naja dann ist Jin oben mal wieder verklickt mit ihr könnte ich tatsächlich hier rüber aber da das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten oder wir könnten auch hier hin und noch den Kopf einziehen ich denke das ist ein Platz für Bill oder aber da steht eine Schubkarte da kriegen wir über Konter ins Gesicht und zwar ohne Ende hier unten kann man nicht hin es fehlt hier klar an Deckungsmöglichkeiten hier ist eine halbe Deckung ich weiß halt nicht wo die Gegner sind ich kann hier hoch da habe ich aber gar keine Deckung scheiße dass ich verkehrt rum gelaufen bin wenn ich Clelish hier rüber bringe das ist schon hart da stirbt sie uns wahrscheinlich weg ich fürchte schon und hier kommen wir nicht durch das ist echt brutal das ist echt brutal ja ich würde mich voll gerne hier hinstellen aber seh mal ehrlich über diese Schubkarre kriegen wir dann voll ins Gesicht naja es hilft nichts wir müssen hier rein bringen wir Laughing Deer auch mal ran dann will ich sie dann wirklich hier hoch bringen da hat sie volle Deckung aber ich weiß halt nicht wo die ganzen Gegner hier rumstehen ach egal rein jetzt rein im Zweifel müssen wir die Mission nochmal starten so jetzt gucken wir mal was passiert da ist der erste wahnsinnige Selbstmörder da ist noch ein wahnsinniger Selbstmörder das ist nicht gut ein Raufbold das ist wohl schon ein Ziel ohja das ist ein Anführer der Gang dann haben wir hier noch einen Revolverhelden da kommt jetzt einiges ohja ohja jetzt wirds interessant ein Scharfschütze der muss weg der muss dringend weg Duellant ungünstig noch ein Revolverheld noch ein Scharfschütze um Gottes Willen noch ein Scharfschütze so irgendwelche Vorschläge oh wei oh wei oh wei oh wei ok wir gucken mal was für Möglichkeiten haben wir hier unten haben wir eine 100% Chance auf den Anführer wir könnten hier mit 75% den ersten Scharfschützen ausschalten das wäre eine Möglichkeit 75% sind immerhin 75% wir könnten auch puh auf ihn haben wir kein Sichtfeld allerdings könnten wir ok hier könnten wir mit hier könnten wir mit 100% treffen allerdings machts nur 9 Schaden hm wir gucken mal mit dir dir kann ja bestimmt einen wilden Ansturm machen und hier ihn tötet er leider nicht ihn könnte er töten per Ansturm und danach vermutlich auch den Scharfschützen mit ein bisschen Glück ähm ihn könnte er töten ok das sind alle Ziele die wir als Möglichkeit haben boah das ist aber das ist aber ziemlich knifflig ne das ist ziemlich knifflig da oben steht ja auch noch ein Scharfschütze das machts nicht besser ok Chin hat überhaupt keine Treffermöglichkeiten hier aber wenn ich hier rüber gehe hat er da drüben eine ok ich packe ihn mal eins hier rüber wechsel die Waffe so jetzt haben wir hier 50% das ist jetzt auch nicht das Highlight ne und wenn ich hier rüber schieße hätte ich hier 100 uff es ist ähm es ist nicht so geil alles wir haben nicht so viele Möglichkeiten tatsächlich wir haben nicht so viele Möglichkeiten ich würde halt gerne die Scharfschützen alle weg haben aber die kriegen wir auch nicht ne ok wir fangen jetzt mal mit Laughing Deer an wir müssen mal diesen wahnsinnigen Selbstmörder loswerden wo ist eigentlich der andere da gab es doch zwei von der Sorte wo hat der sich denn verkrochen hier die würde ich gerne tatsächlich als erstes weg haben weil die schmeißen grundsätzlich ihr komisches Dynamit ähm was uns die Sache etwas schwerer macht wir können sowohl ihn ausschalten als auch ihn und bei ihm habe ich aber vielleicht die Hoffnung dass wir noch den Scharfschützen kriegen so er haben ihn mal weg so jetzt gucken wir hier hoch zu es kostet mich zwei Punkte das ist gut dann kriegen wir den Scharfschützen weg na wieso kann ich ihn nicht anklicken jetzt halt ich dachte schon das geht nicht so dann brauche ich zu ihm hier rüber drei Punkte das heißt ihm müssten wir jetzt mindestens sechs Schaden zufügen schaffen wir das mit Bill irgendwie über Bande 25% 75% können wir ein bisschen Glück haben 75% sind doch eigentlich gut komm schon danke so damit haben wir wieder zwei Abpraller gemacht ähm dann kann Lafing dir jetzt ihn töten kriegt Bravado kriegt Bravado dann sind die Dynamitwerfer schon mal weg dann ist die Frage das kostet mich auch drei Punkte das bedeutet hier müsste auch jemand Schaden machen und das kostet uns drei Punkte okay das wird ein bisschen knifflig Jin hat ja haben wir gesagt eine Chance von 50% die müssen wir jetzt als sei denn wir können irgendwie über über irgendeine Bande spielen siehst du irgendwo sieht irgendjemand irgendwo eine Bande ich nicht ne okay dann müssen wir mit 50% einfach riskieren und hoffen dass wir Glück haben komm schon ach schade tja dann muss Clelish das machen sie hat ja noch die Möglichkeit 100% 75% 50% okay das ist nix ähm es sei denn wenn ich ihm für Moment Moment mit ein bisschen ein bisschen es gibt doch hier es gibt doch hier irgendwo eine Bande okay hier kriegen wir 100% hier sind es trotzdem nur 75% 25% das ist zu wenig oh wei dann riskieren wir die 75% es hilft ja nix und wie viel macht sie naja mit dem Wüstenhüter macht sie nur 6% Schaden das ist zu wenig okay dann brauchen wir hier Glück 75% komm schon bisschen Glück danke immerhin das so dann kann Laughing Deer jetzt ihn töten steht dann ein bisschen weiter hinten und dann komme ich vielleicht auch noch nehmen wir ihn mal raus jetzt stehe ich näher an der Leiter vielleicht kriege ich jetzt auch noch den da oben weg nein koste mich immer noch 3 Punkte und hier koste mich auch 3 Punkte das ist ganz schlecht das ist ganz schlecht das heißt ich muss mit Laughing Deer hier irgendwie weg ich kann natürlich auch hier oben reinlaufen ne dann wäre ich schon mal für die nächste Runde deutlich näher an ihm dran ähm jetzt ist guter Rad teuer ne ja ich glaube ich laufe hier oben rein und hoffe dass wir hier gut stehen und mit Bill bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig als den Kopf einzuziehen wir werden von ihm hier wahrscheinlich ins Gesicht kriegen ich kann aber auch nirgends mehr hin ok wir gucken was passiert so der Raufbold kommt rein das habe ich mir gedacht ja ouch und ne Blutung das ist ganz ungünstig so und jetzt kommt genau das mit diesem komischen ne er läuft hier rein ok der Scharfschütze macht schon mal nix das ist gut hat er getroffen das war genau dieser Abpraller nein er hat nicht getroffen aber er trifft man ich habe volle Deckung und den Kopf eingezogen ne das musst du dir mal überlegen puh so dann müssen wir jetzt gucken wie wir das machen es wird jetzt richtig eng hier so das erste was ich jetzt mache ist mit Laughing Deer ihn hier rausnehmen das können wir ja auf jeden Fall machen dann ist der schon mal weg und ich glaube Old Man Bill werden wir jetzt verlieren und den dürfen wir nicht verlieren das ist nämlich genau das Problem jetzt was ich habe wenn wir Old Man Bill verlieren das ist vorbei und er hat jetzt halt eine Blutung und kein Verband oh Gott und steht quasi vor allen Gegnern das ist richtig kacke weil wenn wir ihn verlieren das ist einfach vorbei ne Kata hat hier oben tatsächlich eine 75 wie sieht das aus wenn ich Glück aus mache nicht mehr so berauschend boah Schande das ist jetzt die kacke dass wir mit Kata hier hochgelaufen sind wo er nicht hin sollte hier hätte Klelle stehen sollen wäre Kata noch hier unten könnten wir jetzt Schattenhagel verwenden das haben wir halt wieder missklickt das ist so ein bisschen das Problem auf wen kann sie eigentlich schießen sie hat immerhin hier 100% auch wenn das nicht besonders viel ist wir dürfen Bill nicht verlieren ich weiß nicht wie wir es machen sollen 9 dann bleiben 11 übrig dir käme ran könnte dann nochmal 4 machen dann bleiben 7 übrig kriegen wir das so hin kriegen wir das so hin kann er 7 machen mit Glück und über Bande oh ja brauche ich dann überhaupt Glück ne brauche ich nicht oha das sind 7 Schaden plus Höhenbonus oh ja 7 und 4 sind 11 und 9 sind 20 das könnte gehen einmal 7 dann muss das dann muss ähm oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wie war das jetzt nur nicht missklicken jetzt sie hat auch 100% dann bleiben genau 4 übrig und das müsste reichen ne ja 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 Gott sei Dank dann haben wir den zumindest mal weg so und jetzt bleibt hinten noch einer übrig mit 15 15 minus 8 sind 7 da muss Bill jetzt nochmal schießen das sind genau die 7 dann kann er auch noch Bohnendose essen eine Dose mit Bohnen ok, pass auf er hat aber nur 50% und hier rüber hat er aber 100 dann schieß einmal und isst Bohnen müsste sich ausgehen so jetzt verliert er nochmal 2 jetzt essen wir Bohnen so das kostet auch 2 super naja, immerhin hat er jetzt 11 so und dann kann dir ihn noch wegnehmen er kritet sogar so und da hinten kommen wir jetzt an niemanden mehr ran aber ich kann weiter nach vorne laufen mit dir hier haben wir volle Deckung das ist ein guter Platz denke ich und und Kopf runter kann ich mit Kater irgendwie näher ran hier nicht wirklich Kopf runter wir müssen Kater da rausholen so und jetzt ein bisschen Alter der drift alles ey das ist unfassbar du hast volle Deckung plus Kopf eingezogen ich meine viel mehr Deckung kannst du nicht haben der dürfte eigentlich nur eine 25% Chance haben aber er drift alles er drift alles so wir müssen Kater jetzt hier ran holen und zwar dringend Bill bewegt sich nicht kein Zentimeter mit Kater können wir auf jeden Fall mal hier rüber jetzt müssen wir mal gucken wie wir das machen hier sind wir natürlich wieder außer Reichweite keine Trefferchance hier hätte ich 100% hier hätte ich 100% ok dann könnten wir den töten jetzt ist die Frage kann den da oben noch jemand treffen ich will mit ihm eigentlich nichts machen aber ich muss ne 75% mit Glück sind es sogar 100% perfekt dann wechsel die Waffe und töte ihn kostet mich nochmal 2 Lebenspunkte aber da müssen wir durch Autsch so und jetzt dürfen wir mit ihm wirklich gar nichts mehr machen einfach stehen lassen einfach stehen lassen so und du konntest hier über Bande 100 abziehen so und dann kann dir die Sache hier doch zu achso doch mit Ansturm Entschuldigung dachte gerade ich habe mich schon wieder verrechnet aber das passt so weg mit ihm jetzt gehen wir hier rein schnell äh wo gab es denn die Sachen hier das können wir uns schnell holen dann haben wir auch das Nebenquest geschafft du machst nichts und Kater muss ran den müssen wir ran holen dringend jetzt und hoffen dass es jetzt äh wir jetzt vielleicht ein paar Züge Zeit haben Bill wird noch runter rutschen auf er macht nichts wir beenden die Runde so Kater geht weiter rein wo müssen wir hin wo müssen wir hin hier in das Gebäude müssen wir rein hier haben wir volle Deko auf geht's ran da jetzt er bleibt mal hier stehen erstmal so da müssen wir Klellisch ran bringen die können wir tatsächlich hier hoch stellen da hat sie volle Deckung das ist ein ziemlich guter Platz glaube ich dann ist die auch näher dran dann müssen wir alle einen Schuss weiter auf dieses Gebäude haben und dann gucken wir mal wo die Gegner kommen Bill macht nichts Runde beenden so jetzt hat er den die Blutung los ja jetzt können wir ihn auch hier vorbringen so und jetzt ist die große Frage wir kommen schon bis ran wo geht's wie kommt man denn da rein eigentlich ich habe den Eingang noch nicht gesehen aber ich sehe hier oben schon Gegner wie kommt man denn da rein um Gottes Willen ähm ehrlich gesagt weiß ich es nicht ich bring ihn erstmal bis hier hin da hat er in alle Richtungen volle Deckung da dürfte ihm eigentlich nicht viel passieren einfach mal ran hier dann bringen wir auch Laughing Deer ran ja immer her mit den Leuten immer ran mit den Leuten ich weiß noch nicht wie wir da reinkommen lassen wir Klellisch hier oben stehen oder holen wir sie auch ran das ist jetzt die Frage der Fragen ich glaube ich lass die erstmal hier oben stehen so jetzt kommen die Gegner der erste Revolverheld erscheint auf dem Balkon da oben noch ein Scharfschütze das gefällt mir wiederum gar nicht noch ein Scharfschütze noch ein Scharfschütze noch ein Scharfschütze um Gottes Willen das kann übel werden und noch einer so hier ist der zweite Raufbold es muss aber auch noch einen dritten geben irgendwo der kennt gar nichts ne der stellt sich einfach mitten auf dem Balkon der kennt überhaupt nichts so jetzt ist die Frage wie wir es machen das kann ja super werden Chin steht jetzt natürlich super nur eine Etage zu tief wo geht es denn da jetzt hoch wie läuft man denn da hoch wie kommt man denn da rein ich kann da nicht hinlaufen muss ich da hinten rum wie geht denn das wie kommt man denn da rein ich kann auch mit Laughing Deer keinen Ansturm machen weil es da keinen Laufweg gibt das verstehe ich nicht muss ich die jetzt wirklich alle aus der Ferne töten das wäre aber ziemlich heftig dann wäre nämlich Laughing Deer vollkommen nutzlos das wäre das wäre nicht so gut aber da gibt es keinen Eingang oder muss ich den sprengen hier kann man auch nicht hinlaufen man kann hier hinten rumlaufen ach jetzt geht es hier rein hier ist der Eingang und dann Treppe ok hier hinten geht es rein ok 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 also gut dann gehen wir mit Laughing Deer nach da hinten ziehen den Kopf ein so wen kann Clelish treffen 100% auf ihn das bringt mir halt leider gar nichts 50% naja da hätten wir jetzt Chancen aber warte wir können doch hier das sieht schon sehr viel besser aus erster Scharfschütze können wir so rausnehmen so dann müssen wir weiter gucken was geht noch hier 2 mal 75% das wäre natürlich eine feine Sache aber wir kennen unser Glück bei solchen Sachen aber ich denke wir müssen es probieren ich denke wir müssen es probieren 75% naja 1 zu 3 Chance also komm schon danke sogar ein Grid wenn ich das vorher gewusst hätte so an den Rest kommen wir tatsächlich nicht ran so vernünftig ich warte mal was hat Old Man Bill für Möglichkeiten der hat einen Haufen Glück der hat einen Haufen Glück kann damit nämlich den Scharfschützen rausnehmen das ist super ähm nein das wollte ich jetzt nicht was habe ich denn jetzt gemacht habt ihr das gehört was war das denn irgendwas ist da jetzt schief gelaufen ich wollte eigentlich noch gar nicht schießen aber gut ähm so welche Möglichkeiten hat der gute Kater gar keine kein einziges Schussziel wenn ich hier rüber laufe hätten wir auf den da oben ja aber damit begebe ich mich in ungute Gefilde weil da habe ich keine Deckung mehr das gefällt mir nicht ich könnte auch nach hier hinten laufen ähm gefällt mir nicht so gut der Platz hier ab hier hätte ich ein Schussfeld auf die Gegner aber das ist äh dann stehe ich hier in halber Deckung das ist nicht so geil ich könnte hier hingehen dann hätte ich auch ein Schussfeld da hätte ich volle Deckung ähm da hätten wir gleich hinlaufen sollen dann hätten wir noch einen Scharfschützen rausnehmen können kann ich irgendwo abprall mäßig was machen vielleicht erst hier rüber nein da komme ich nicht ran schade ok dann würde ich ihn tatsächlich nach hier hinten bringen und den Kopf einziehen da haben wir dann volle Deckung plus Kopf eingezogen in der Hoffnung dass uns keiner trifft und lassen erstmal die Gegner achso Glelish hat ja noch eine Chance mit ihr könnten wir jetzt tatsächlich noch hier 5 abziehen lohnt sich das oder hier 9 oder hier 9 und damit wäre ein Laughing Dears Kill Range das ist vielleicht vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit tatsächlich ihm noch einen 9 abzuziehen ich denke das ist eine gute Idee vor allem haben wir dann noch die Nebenquests abgeschlossen so und dann lassen wir die Gegner kommen oh nein nicht auf Bill oh Gott oh Gott wenn der stirbt ist vorbei nein 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 bitte nicht oh Gott oh Gott ok es passiert glaube ich nichts ok hier ist noch ein Scharfschütze Gott sei Dank wir müssen hier weg wir müssen mit Bill weg und zwar irgendwo wo ihm nichts passieren kann wenn er stirbt ist alles vorbei ok das heben wir uns für den Ende des Zuges auf er könnte jetzt natürlich auch mit dem ganzen Glück was er durch den Treffer wieder erlangt hat natürlich noch einen töten wieder den hier oben finde ich gut das machen wir auf jeden Fall dann kriegt er nochmal Bravado so und den Rest lasse ich jetzt erstmal stehen jetzt ist die Frage Laughing Dears kann jetzt einen Ansturm machen könnte ihn hier hinten töten kann ihm elf Stück abziehen hm 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 elf Stück bedeutet er wäre wow oder ich mache einen Ansturm auf ihn aber kann ich dann nochmal hier runter reicht das bewegungstechnisch glaube nicht ne da gibt es nämlich keinen Weg nach unten hier ist versperrt das ist jetzt ziemlich übel wie machen wir das denn am dümmsten ich bin präsent Klellisch hat hier 100% damit könnten wir ihn komplett rausnehmen eigentlich dann bräuchten wir nicht mal einen Ansturm oh wir könnten aber auch ihn fast töten boah da ist die Frage naja ready when you are naja das ist alles das geht wieder komplett nicht auf ne leider wir könnten Bill hier hinten unsere 50% Chance probieren das wäre eine Möglichkeit und dann machen wir hier die zwei weg ich denke das ist das sinnvollste ich denke das ist das sinnvollste du wirst ihm neuen abziehen so jetzt ist natürlich die Frage ne das machen wir nicht uh nur jetzt die richtige Taste drücken nicht wieder fehlklicken das ist ganz gefährlich dann wird Lafing dir einen Ansturm machen und zwar auf ihn das müsste reichen dann töten wir ihn so jetzt muss ich gucken für ihn hier hinten reicht es jetzt nicht mehr da kommen wir nicht hin der einzige Aufgang ist hier hinten das heißt wir probieren jetzt unser 50% Glück mit Chin komm wir können doch einmal Glück haben bei 50% Gott sei Dank sehr gut das heißt wir bringen Chin jetzt auch ran der muss da rein wir müssen in Schattenhagel Reichweite kommen Kopf runter so mit Lafing dir würde ich jetzt glaube ich dafür sorgen dass er sich nicht mehr bewegen kann beziehungsweise nicht mehr schießen kann das heißt kann nicht schießen und sein Sichtfeld wird kleiner das nehmen wir auf jeden Fall mit oh der hatte Duelland das ist schlecht naja und gehen dann hier draußen in Deckung so und jetzt ist die Frage was machen wir mit Bill er kann nicht schießen bringe ich Bill hier vorne in Deckung oder bringe ich ihn hier in Deckung oder im Gebäude vielleicht ist das besser ah komm ich nicht rein ist das ein vernünftiger Platz für Bill hier hinten weit weg von allem gibt es da irgendwelche Abprallpunkte ja hier nicht gut nicht gut er darf nicht sterben auf keinen Fall darf er sterben hier kann ich ihn reinbringen da wäre er glaube ich erstmal in Sicherheit ich kann ihn nämlich auch nicht mehr heilen und wenn er umfällt ist die Mission verloren so jetzt lassen wir den Gegner erstmal boah wir sind schon bei einer Stunde ich will das eigentlich nicht jetzt auf nächstes Mal verschieben aber es ist ja kriegen wir ihn da drin jetzt weg irgendwie 50% kann ich nicht irgendwie über eine Bande schießen ne ne hier habe ich keine Trefferchance hier auch nicht gut wir müssen auch doch das Ding kann ich doch treffen aber ne aber dann ist hier keine mehr naja hat er wieder Duellant an ich habe nicht aufgepasst naja wir bringen mal Kater ran hier hat er volle Deckung das ist gut wir müssen Kater jetzt hier reinbringen so jetzt ist die Frage mit Old Man Bill kann der auf irgendeinem oh er hat sogar eine 25% Chance sollen wir dann einfach einen Glücksschuss versuchen ich meine wir wollen mit ihm hier unten eh nicht weg ne ähm vielleicht aber mit der Pistole wir probieren einfach unseren Glücksschuss es wird nix und dann ziehen wir den Kopf ein und bleiben hier stehen so und dann wird Laughing dir ihn halt nochmal prügeln vielleicht grittet er ja wir haben mittlerweile schon 38% aber er kann dann immerhin nicht schießen ne 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 Kritt wär schon schön gewesen können wir hier stehen bleiben mit dir? ich glaube nicht das ist zu kritisch ne geh wieder raus so und dann ist die gute Klelish noch dran ich glaube die können wir allmählich auch ranbringen denke ich oder hat die noch die hat noch ne 50% Chance nehmen wir die doch noch mit was solls jawoll kann man so machen jetzt hat sie hier ne 25 das ist mir zu wenig jetzt bringe ich sie ran so uns fehlt noch ein letzter Raufbold und wir wollen noch die Stelle durchsuchen das habe ich ganz vergessen wo sind die denn da hinten? das müssen wir ja auch noch machen huch wo ist das denn? so der Raufbold kommt runter ok das ist perfekt wo sind die Stelle? ah da hinten das müssen wir noch machen ist das der letzte Gegner? muss ich da zuerst an die Stelle ran vorher? shit geht dann die Mission verloren äh geht dann das Nebenziel den Bach runter wenn ich jetzt ähm hm guter Rad teuer ähm ich bringe Klelish mal hier rein ich glaube ich schicke Chin schnell nach da hinten hm ich weiß nicht hat es hier sonst noch Gegner oder ist das wirklich der letzte? ich stelle hier mal eine Ablenkung hin sicher ist sicher so dann gehe ich mit Laughing Deer schnell nach da hinten der schafft das in einem Zug oh Gott wo läuft der denn lang? oben rum ich hoffe echt da sind keine Gegner mehr sonst habe ich ein echtes Problem aber es sieht aus als ist das wirklich der letzte dann haben wir noch das Nebenziel geschafft dann ziehe ich das diese Folge jetzt noch durch auch wenn sie dann ein bisschen länger wird so können wir mit ihm wieder einen Glücksschuss probieren 50% warum nicht? ja wohl unerkrittet sogar wisst ihr was das bedeutet? kann ich da über die Bande machen wir 50% ne das machen wir nicht wir machen das wir machen das so dann ist es nämlich sicher durch so dann hätten wir auch das haben wir es jetzt geschafft? ja das ist was wir tun wir müssen machen naja du auch wir sind nicht zurück zurück du sprachst mit deinem Vater mein Vater hat lange zuvor er ist nur ein schlappes schlappes Fleisch schlappes Fleisch in seinen Händen ich will nicht das ein Mann ok hat er ihn jetzt getötet? keiner weiß es ne so wir haben einiges eingesammelt 50$ dann haben wir ein verkohltes Hufeisen bekommen plus 25 pro Zug das ist ziemlich cool wir haben das Staatsgold wir haben eine Schatzkarte bekommen der Standort des Geheimverstecks der Copper Vulture Gang ist eingezeichnet uuuuh wir haben Proviant bekommen und einen Pik König der Bullseischance gibt wunderbar und weiter die Lage war angespannt auch wenn wir einen offensichtlichen Vorteil hatten gaben der bissige Ben und seine letzten verbleibenden Männer nicht auf oh Gott ich hoffe es kommt jetzt nicht gleich der nächste Kampf warum zur Hölle seid ihr unter uns her? was wollt ihr? das war Schicksal Junge wir sind hinter dem Gold her aber als ich dein Gesicht auf dem Steckbrief gesehen habe da musste ich doch mal vorbeischauen hab gehört du und deine Jungs wart ganz schön beschäftigt was kümmert dich das? nimm dir halt das verdammte Gold und verzieh dich toll was sind das für Antwortmöglichkeiten? ihr seid Amateure ihr hättet wissen sollen dass eine Gewaltorgie mit so vielen Toten Aufmerksamkeit erregen würde ihr seid einfach nur Amateure ihr habt ja noch Glück dass wir hinter euch her sind ihr seid einfach nur krank ohne eure seltsamen Voodoo-Tricks hätten wir euch schon längst erledigt das ist gar nicht wahr ich hab keinen einzigen Voodoo-Trick benutzt ja Flynn ist nicht mal dabei du bist nicht der größte und schlimmste Hörer da draußen ich erinnere das und alle sterben, Ben und meine Tod war da es war gut und ich würde es nur wünschen Ben war immer noch sauer aber wenigstens hielt er jetzt den Mund nachdem wir alle unsere Waffen gesenkt hatten brachten seine Leute das Gold raus sie wussten, dass wir sonst nicht gehen lassen würden ihr habt ihr habt was ihr haben wolltet jetzt verzieht euch wir werden den Staat verlassen wenn ihr weg seid ok, wir können es jetzt noch gnadenlos ausrauben und 50 Dollar mitnehmen oder in Frieden unserer Wege gehen und wir kriegen Loyalität ich glaub das ist eine gute Sache ich glaub ich nehm die Loyalität aber nur weil ich deinen Vater respektiere so sieht's aus als sie sich zum Gehen wandten wies Laughing Dear uns auf eine traurige Wahrheit hin schade, dass wir keine Belohnung für die toten Anführer kassieren können sonst wüsste Horn, dass wir das Gold haben das stimmt Mist ich dachte ich schlage hier zwei Fliegen mit einer Klappe hm Scheiße du hast recht dir der einzige der hiervon profitiert ist Hartmann verdammt nochmal ja super aber als ich zusah wie Old Man Bill seinen Sohn in Richtung Sonnenuntergang davonreiten ließ, wusste ich, dass das nicht ganz stimmte zumindest einer von uns hatte an jenem Tag in Scorndale etwas Wichtiges gefunden Flynn, erinnerst du dich noch an diese Karte, die wir nach dem Kampf gegen die Copper Wulchers gefunden haben? die haben darauf irgendwelche Sachen markiert vielleicht für die Karte zu versteckten Schätzen oder sowas immerhin, neue Mission Schatz der Wulchers den können wir uns ja noch holen also nicht heute, aber allgemein das wollte ich jetzt nicht wir machen schnell ein Lagerfeuer mit Proviant dass alle geheilt sind so und dann würde ich sagen hören wir hier auch direkt auf wir haben jetzt die Sachen wir haben jetzt das nächste Gold was wir zurückbringen können zu Hartmann hier unten das will ich auch tun das sind wieder vermisste Kühe hier oben das ist die letzte Herde die können wir dann in der nächsten Folge auch noch holen wir haben schon wieder 140 Dollar es sieht eigentlich ganz gut aus wir müssen im Inventar noch ein paar Sachen vergeben wir haben auch eine neue Spielkarte bekommen da müssen wir auch nochmal gucken wie wir es machen aber das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an der Kampf lief jetzt deutlich besser als noch der Banküberfall das haben wir ganz gut hingekriegt und hier hinten sehe ich die Fragezeichen hier ist irgendwo der Schatz in der Nähe von Pennens wo es auch den Zug gibt also wir haben noch einiges zu tun und dann bedanke ich mich für's Zuschauen hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin macht's gut, bleibt gesund Ciao Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal